Sag mal, mit wem schreibst du das die ganze Zeit? Niemanden, das geht dich nichts an. Ach komm, sag doch mal, wieder dieser Elias oder wie heißt der andere, der Emre? Boah, Mama, stress mich nicht. Wieso hast du denn überhaupt einen Schal an? Zieh den doch mal aus. Boah, Mama! Was ist das denn? Das war bestimmt diese Elias oder Justin oder Emre, solche Schlängel. Alter, hast du sie noch alle? Privatsphäre, hallo? Jetzt gib mal her, hier. Mama! Gestern war schön, von Lea. Lea, ein Mädchen? Wer ist denn Lea? Ja und, hast du ein Problem damit? Ja, nein überhaupt nicht, was machst du so großes Ding draus? Mensch hier. Ach übrigens, Heinz, ich hab die Wette gewonnen, du schuldest mir noch 15 Euro. Hallo, ich wusste es. Hä?